Okay, es nimmt doch auf. Also ich habe keine Lust zu arbeiten. Gestern gab es süßes und saures, wir haben heute für euch röpfliche im Dinner. Ja, der hat eine Dose hier in die Hand oder hast du das? Der sieht auch ganz geil aus, so dass du den drehen. Oh Alter, ich sehe heute aber auch nicht kaputt aufstehen. Sehen wir doch immer. Aber dann machen wir ein vernünftiges Glas hier so kleines. Das ist das große, ich hasse diese. Okay, du machst nur das Intro und ich... Ich sage auch worum es geht und du sagst noch was du willst, okay? Grüßt euch! So, gestern gab es süßes oder saures. Wir haben heute für euch ein röstig und bitteres Bier. Und wir haben eine besondere Aktion für euch. Wir füllen eure Taschen. Denn zu jedem Einkauf bei Beyond Beer gibt es ein Holy Cowbell gratis. Und das ist begrenzt auf, solange der Vorrat reicht. Also kommt schnell und rührt euch eure Gratisdose vom Holy Cowbell. Von der Bibertown Brauerei aus London, das Holy Cowbell. India Stout, also eine Mischung aus... Und ein IPA. Röstig und bitter zugleich. Ein sehr spezielles Bier. Kann man viel zu sagen. Am besten muss man es aber probieren. Und deshalb haben wir uns entschlossen euch mit jedem Einkauf hier eine Dose zu spendieren. Solange der Vorrat reicht. Seid schnell da. Ihr werdet es nicht bereuen. Cheers. So, Polzeln knackig.